Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir eine Palette von Huda Beauty bestellt. Das ist die Gold Palette, die es exklusiv bei Kult Beauty gibt. Und die werde ich heute mal austesten. Ja, die Palette hat 30 Euro gekostet und sieht so von innen aus. Wie gesagt, die Palette bekommt ihr nur bei Kult Beauty. Aber Kult Beauty schippt ja aus England, was für uns somit kein Problem ist. Ihr zahlt also keinen Zoll. Ich meine, dass ab 25 Euro auch keine Versandkosten anfallen. Also ich habe zumindest keine gezahlt für diese Palette. Und sie ist eben in dem Format wie die Obsessions Paletten, die kleinen. Ja, neun Töne. In dieser Palette habt ihr drei matte Töne. Das ist zum einen der, der dunkle und der hier. Und der Rest sind Schimmertöne. Deshalb schwätze ich jetzt auch gar nicht länger rum. Und wir fangen gleich an. Als erstes nehme ich mir mal den hellen Ton und damit sette ich mir mal meine Lidschatten Base. Damit wir auch gut starten können. Ich muss sagen, dass ich die Huda Beauty Obsessions Paletten, die kleinen, immer sehr, sehr gerne mag. Ich habe auch einige davon. Und fand die von der Qualität her eigentlich immer ganz gut. Durch das, dass ihr natürlich nur drei matte Töne hier drinnen habt, könnt ihr nicht, habt ihr nicht so einen großen Spielraum, was Looks eben angeht. Aber ich finde, man kann einen schönen Basic-Look damit zaubern und hat dann fünf tolle Schimmertöne, mit denen man eben den Look immer wieder anders aussehen lassen kann. Auch vom Packaging außen, muss ich sagen, finde ich sie sehr, sehr schön. Also gefällt mir wahnsinnig gut. Und ja, ich liebe dieses Marmorierte eh. Deshalb wusste ich auch gleich, dass ich mir die kaufen werde. Als nächstes nehme ich mir dann diesen Ton hier und den gebe ich mir mit dem gleichen Pinsel nochmal in die Lidfalte. Habt ihr denn Paletten von Huda Beauty und wie findet ihr die? Also ich habe auch die großen Paletten, habe sie aber noch nicht so häufig benutzt, muss ich ehrlich sagen, weil ich oft zu den gleichen Paletten einfach tendiere. Finde sie aber von der Qualität her gut. Wie gesagt, die Obsessions Paletten habe ich auch. Die finde ich sehr, sehr schön. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Huda Beauty Paletten habt und wie ihr die findet. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mal eine Lidschatten-Paletten-Kollektion filmen soll. Aber da ist jetzt die Frage, interessiert euch das überhaupt? Wenn ja, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Das wird nämlich sehr, sehr zeitaufwendig und wenn es keiner sehen will, dann brauche ich es auch nicht filmen. Deshalb schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt. Dann mache ich das natürlich. Also da kommt einiges dann. Das sind wirklich sehr, sehr viele Lidschatten-Paletten. Weil wie ihr in meinen Videos seht, teste ich auch meistens Lidschatten-Paletten, weil das einfach meine Lieblingskategorie ist. Und da wird ein sehr langes Video dann kommen. So, den Ton habe ich jetzt gut aufgebaut. Er ist auch sehr, sehr schön pigmentiert. Ihr könnt ihn toll aufbauen, aber ihr könnt ihn eben auch ein bisschen leichter lassen. Gefällt mir aber ganz gut, muss ich sagen, doch. Dann nehme ich mir den letzten Mattenton, das dunkle Braun. Und da nehme ich mir einen kleineren Pinsel. Und damit dunkle ich einfach hier den Außenwinkel so ein bisschen ab. Das ist übrigens einer von den Pinseln von BH Cosmetics und Alicia Marie. Die mag ich sehr, sehr gerne, die Pinsel. Auch sie als YouTuberin. Ich finde sie einfach wahnsinnig sympathisch. Und den Pinsel finde ich auch, oder die Pinsel finde ich super. Ihr habt ganz viele so kleine Blenderpinsel, die eben super für den Außenwinkel sind oder für den unteren Wimpernkranz. Und ja, mag ich eigentlich sehr gerne. Der dunkle Braunton ist im Vergleich zu dem, wie er im Pfännchen ist und auf dem Auge rauskommt, nicht so toll pigmentiert. Also selbst wenn ich ihn wirklich drauf stempele und dann so ein bisschen ausblende, verliert er sehr viel an Pigment. Also von dem bin ich jetzt nicht so begeistert. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir den dunklen Ton auch noch jetzt an den unteren Wimpernkranz gegeben. Und dann kommen wir mal zu den Schimmertönen. Schwierig. Welchen soll ich denn nehmen? Ja, sie heißt Goldpalette, aber ich muss sagen, dass ich nicht so ein Fan von diesen... Ja, ist fast wie so ein grünliches Gold. Nicht so meins. Ich glaube, ich würde in den hier gehen, der so ein bisschen marmoriert ist. Der sieht eigentlich ganz schön aus. Den gebe ich mir mal aufs Auge. Der ist auch sehr schön pigmentiert. Also der wirkt auf jeden Fall sehr, sehr gut auf dem Auge. Doch, gefällt mir wirklich gut. Also ein wunderschöner Schimmerton. Und man sieht auch, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. So, hier ist er ja wie so zwei Shades. Also Gold und so ein bisschen Rosé, Silber. Und ich finde, dass man das auch wirklich auf dem Auge sieht. Es ist so ein bisschen gröberes Glitzer. Das sieht man auch. Aber wunderschön. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also den finde ich wirklich super, super schön. Dann mache ich mir mal schnell noch Mascara drauf und swatch euch auf jeden Fall noch die ganze Palette, damit ihr mal alle Töne seht, wie sie rauskommen. Das sind dann mal noch die Schimmertöne. Ich habe sie versucht, euch zu swatchen, aber man sieht sie nicht so gut beim Swatchen. Der hier zum Beispiel, das ist der hier unten. Den hat man gar nicht gesehen beim Swatchen. Auch der hier, das ist dieser Ton. Als ich den geswatcht habe, sind mir eigentlich eher lauter so Glitzerpartikel entgegen geflogen. Also der ist sehr, sehr lose gepresst. Den müsst ihr also wirklich mit einem Glitterclou oder mit einem feuchten Base, Concealer, keine Ahnung, aufs Auge packen. Weil sonst fliegt euch das überall hin. Der hier, das ist der. Das ist so ein leichter Duochrome, muss man sagen, wie so ein Peachy Gold Shimmer. Und dann habt ihr den und den. Das sind die, die hier so wahnsinnig toll auf den Fingern wirken. Und die swatche ich euch jetzt mal noch, weil die sieht man auch. Also zwei wirklich tolle Töne. Die anderen Schimmertöne, finde ich, sind ein bisschen schwierig zum Arbeiten. Beziehungsweise muss man halt wissen, wie man damit arbeitet. Ja, also den auf jeden Fall auf eine feuchte Base packen. Alles in allem finde ich die Palette aber schön. Muss man sie jetzt unbedingt kaufen? Auf gar keinen Fall. Es ist eine Neutral-Palette mit Schimmertönen. Ich denke, das hat jeder von uns zu Hause. Aber da ich so ein kleiner Lidschatten-Palette-Sammler bin, gehört eben so eine Exclusive-Palette einfach in meine Sammlung. Deshalb wusste ich halt auch, dass ich sie haben möchte. Ja. Ich finde sie schön. Ich bin auch froh, dass ich sie gekauft habe. Vor allem halt auch wegen den Goldtönen, weil die einfach wahnsinnig toll sind. Aber man muss sie nicht unbedingt haben. Ihr könnt die 30 Euro also auch anders investieren. Es ist eine schöne Qualität. Ihr seht, der Look ist auch toll geworden. Wer jetzt noch nicht so viele Neutral-Paletten zu Hause hat und mal gerne was von Huda Beauty ausprobieren möchte, die ist auf jeden Fall schön. Aber es ist jetzt nicht die bombastischste Palette, die man unbedingt haben muss. Dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Und abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!